Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf, erster Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des Lebensmittelchemiegesetzes. Riska, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieses Gesetz soll die Grundlagen dafür schaffen, dass ein transparentes Auswahlverfahren zur Vergabe von Ausbildungsplätzen möglich ist. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Vielen Dank. – Das war die erste Lesung eingebracht. Keine Aussprache. Überweisung an den zuständigen Fachausschuss. Auch das ist einvernehmlich.